Wie so ein Flugschüler aussieht. Legastheniker am Gesamtschüler. So. Lässt dich nichts sagen. Weiß immer alles besser. Oh, geil. Die Amis haben halt ein anderes Verhältnis zu Waffen. Das ist anders. Das haben die halt. Ja, wenn die Antonung nicht angeht, ist ja ein bisschen weiblich. Dann macht man das, was er mit Frau immer macht. So lange anbrüllen, bis es funktioniert. Das sind natürlich irgendwie Kleinkaliberkanonen. Alter, hätte ich nur Abitur gemacht. Kann das nicht wahr sein?